So, der 15 Uhr zahlen wir nun nen Kursack-Klone-Fensive, diesmal das 2, weil wofür ist, wird die Scheiße gelaufen, aber trug man mal. Das ist keine Hehlerei, das ist normaler Handel, das kannst du nicht anzeigen, und wenn du es versuchst, dann wird dich jeder bei der Polizei dumm anlachen, weil, funktioniert Amazon, mein Lieber. Ja, aber insofern du es illegal machst, das ist E-Commerce, nennt man das. Und du musst bis 17.000 Euro, musst du keine Steuern abgeben, Deutschland wird das nicht. Ja? Kleingeb aber halt. Okay. Du bist jetzt auch in Pause. Hab drei Einwälder in meiner Familie. Mein Glock-Aim war aber auch schon mal besser. Das ist auch schon besser. Das machen wir uns zwar wesentlich vom Schotypen. Das haben wir uns gab, jagi sein. Der Typ mit der Ah wandelt den nichts mehr auf. Wo, ich treffe gerade nichts mehr, Aote! Ich nicht was auch года. fonds Junge, alter, irgendwie hast fuek mühse, Wie hast du so lange mit der Ahopeбeur in der apprenticeship? Und,怖 material ist auf mein Office-Kinder-Account eingelognet, dass ist das Scheiß-Dre mobilize gewonnen. Jetzt muss ich so diese ganze Frefizierung schicken, das mal durchführen. Fußball spielen Leute! Fußball spielen! Fußball spielen, wo bist du? Und ins Tor, komm auf ins Tor! Halb, ich bin... Ich bin kein Lass mit der Afer, ich bin aber auch kein... Ich bin volllaubt mit der Afer. Ja, da spawnen können Sie die größten Lappen wirklich jedes Mal, ey. Das machst du auch so, wenn du es schaffst, oder? Zeig ich, was du es auch so, wenn du es schaffst. Wir sollten ja mit Ködergranaten spielen. Wo gehen wir hin? A, B? Profis gesehen. C. Wir gehen immer C. Immer. Nee, geht kurz durch. Ja, spiel mal ernst, ja. Ja, kurz. Alter, ey. Schott! Schott, okay, Schott. Immer schön gerasseln. Nein, nicht rasseln. PUSH! Fack. Bombe, wo gabst du? Sorry, ich bin festgehangen. Achso, Mitte. Einer K, einer... Einer Mitte. 2A! Oh Gott, du bist fast tot, Alter. Einer Ramf! Ramf hat mich. Nein! Was von dir der Blecker? Hol den lang. Habt ihr die Mitte? Park von hinten. Ich hab einen. Lang zwei. Lang einer noch. Einer, okay. Weil die mich verarschen, Alter. Ich bin noch aufm Kopf drauf. Warum hast du denn ein Dreiasch? Warum hab ich mit Dreiasch? Ja, Antwort. Noch ein bisschen Leben. Okay, okay. Ich bin fest. Sorry, Alter. Schade. Ich muss nachladen. Ich hab keinen Schutz mehr. Ich bin so, ey, ist rausgepusht. Aber logisch wird dir fast vorbei, ey. Das ist eigentlich ganz logisch, dass wenn du diese ganzen Amazon-Produkte von Chinesen siehst, wird das meistens auf irgendwelchen billigen China-Shops eingekauft. Dann auf Amazon gestellt von irgendwelchen Leuten und dann kriegen die da... So. Warum machst du keine Echo? Nicht kaufen. Bei der Runde. Okay, den kauf auch rein, Alter. Oh, nee, du Sau. Meine Bombe, meine Bombe. Let's go! Nö. Boah, heiße. Die sind richtig schlechte Gegner und ihr verkackt trotzdem. Ich traurig. Sagt wer? Ich. Wer bist du eigentlich? Screwed, oder? Ich bin deine Mama. Meine Mama? René, wir holen uns den Weg hier. Danke, René, für die Calls. Was ist denn? Da ist der Dreh davor. 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 Oh mein Gott. Ich hab ihn. Fuck. Einer ist. Auf jeden Fall da durch. Das ist aber richtig knapp. Scheiße. B, hinter der Eingekiste. Der genau vor dir, D. Achtung, einer mit dir. Lass doch nicht machen. Da hatte ich keine Chance mehr. Alter, Flexer. Da hab ich mich angeschossen. Ich hab's so umgedreht. Ich hab's so'n Hedder gegeben. Weil ich innen drin stand schon fast. Äh, ist das kacke. Sowas kann man kaufen wegen sonst. Außer Rene, weil er keinen Geraden hat. Weil er Runde um mich geholt hat. Okay. Mal einen Plan machen. Und einfach stumpf wieder reinlaufen, die letzte Runde. Nö. Ich versuche auf B erst mal anzuteuchen. Lange ist Mollo. B ist Mollo. Na komm, kannst du Short kommen? B ist Mollo. Lauer Tunnel, war einer. Ist einer? Komm, die kommt. Ja, Moin. Ah, Feier, leider. Ah, fuck, kein Priefer, ja. Hoch. Hoch, Aim. Zwei Shots. Was soll ich gegen 12 machen? Da hab ich keinen Schloss. Einer Half-Life. Half-Life? Ja, ich hab einen Half-Life gemacht. Ich hab Bastian, Alter, der hat sich irgendwie ein bisschen getrunken. Ja, fuck, da kam einer aus dem Mittel raus. Hm. Ah, wir müssen ein bisschen anstrengen. Wollen wir warten auf die Puschen? Hat mich noch nicht angestrengt. Nö, das wird nicht passieren. Ich brauch die Welt Puschen. Ach, seh ich. Den an. Warum forcen wir eigentlich jede Runde? Das ergibt keinen Sinn. Natürlich, das macht den meisten Sinn. Natürlich, das macht den meisten Sinn. Na komm, da ist er. Ach so, dann. Das ist ja immer geklappt. Ah, sind wir bei der Bestes. Ja, die Huren so in der Campen. Ist doch normal. In dem Drecks Pit drin, oder? Manuel würde jetzt sagen, die scheiß Juden. Manuel Neuer. Ach, ey. Der ist nicht sehr gut. Noch mitte einer. Auf, fahr. Ich wollte doch nicht runter. Ah. Oh, der Kopf brennt. Oh, fuck. Einer ist noch mitte. Der Wächter. René. Letztes noch mitte. Oh. Boah, nee, Leute. Das läuft nicht. Das ist echt scheiße. Das wird mein Ende sein. Aufsache geplant. Ciao. Gehe. Wie kann ich dritter sein, Alter? Ich check das echt nicht. Ich bin richtig scheiße. Ja, kann sein. So, okay. Hab ich seit locker zwei Monaten kein Service mehr gespült. Oh, das ist er. Aua. Ja. Ja, hat noch was zu nehmen. René, geh mir mal bitte besser. Alter, 4-0. 4-0. 4-0. Ja, das ist schade. So, äh, wollen wir mal richtig kaufen oder wieder bloß einfach billig kaufen und dann sterben? Ich, ich, ich mag einen, please. Ah, richtig kaufen. Und damit schaff ich, schaff ich, schaff ich überhaupt mehrere, mehr Kills als mit den meisten AR-Waffen. Let's go! Besonders wenn ich rushe. Und? Was tust du? Sorry, ich, ich war blockiert. Achso. Sorry. Wie viele? Seine, ne? Ich hab zwei gesehen. Ja, zwei gesehen. Weil ja jemand blockiert wurde. Ganz zufällig. Das macht ja beide auf Long. Gucken. Gucken wir auf Bigel? Komm, Bioharzer, wir machen das. Ja. Guckst ins Pit. Flash! Ja, na, helf doch, du Banane, Alter. Ja, ich wollte ja raus. Nee, tschau, Alter. Ich verpiss mich dann. Mein hätte er gegeben. Weißt, alle stehen noch drinnen, Alter. Ja, ich kam nicht raus. Ich fand Energie. Das war ich, weil Reni einfach manchmal ein bisschen... Aua. HES! HES! Nein, nein, nein! Mittels zwei. Einer ist Pit. Einer? Echt? Der ist hot. Hab ich geholt schon, ja. Beweg dich. Wart die doch einfach ab, Alter. Die kommen doch hier vielleicht durchgelaufen. Und kurz nur einer, ja. Aua, der A war. Geht nicht. So, super easy. Ab geht's, B. Da kommen zwei Leute jetzt ja entgegen. Sollen sie doch. Kommt gar niemand, Leute. Geh mit. Nein, nicht ab und... War ein Millimeter daneben. Fuck. Wir sparen noch vier. Flytut. Wenn ich den Plant rauskrieg, Alter, ich sag's euch. Der ist super lit. Wenn, gib ich 5 Euro. Du kriegst keine 5 Euro. Eine Hunde und Spaß, Alter. Hätt dir 5 Euro gegeben. Wenn du den Plant rausholst. Hat gar nichts getan, Alter. Du besitzt keine 5 Euro, Alter. Ist das 500? Wer? Du sollst sich das Konto... Geht 16-0 aus, ne, Leute? Hä? Ich will nicht. Ja, sowieso sie, John. Wir sollten mal richtig spielen. Richtig, das Schlaftüte. Sag mal was. Gib mal ein paar Calls. Der ist schon wieder genervt von mir, weil ich die Special Calls raushole. Du bist hier der... Ich meine, du flamest einfach nur. Dann kriegst du auch so nichts zu backen. Mach doch immer. Das blockt eigentlich so. Hast du gerade... Nicht Spaß. Ja, ich hab das Team Flasht. Einfach nur, weil du die große Schleicher hast. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Da war einer. Wir müssen mehr flashen. Wer flasht hier schon wieder? Na, ich. Warum? Du nicht? Weil wir den nicht sehen und du noch 7 flasht. Wenn du dumm bist und nicht weggucken kannst. Wenn du nicht mehr sagst, ist es flasht. Du bist ein Knecht. Du bist... Gib zu einem mal zu. Du bist ein Knecht. Du auch. Am besten eine Idee, irgendwie short. Jo, der... Springe da raus und da gibt man einen Headshot. Alter. Du bist so ein Knecht. Ich hab einen sogar geholt, ja. Also... Leute, wir sind alle scheiße. Boah, die Runde ist Chaos, ey. Ja. Wir sind alle... Wir sind... Wir sind alle scheiße. Ich kann nicht alles carryen. Es tut mir leid. Du carryst ja nicht mal. Du hast zwei Kills. Ich bin dritter Platz, ey. Ja und? Das ist kein Carry, wenn du echt nicht fließen kannst. Okay, ja, denk. Bleib. Es geht nicht alles okay. Die labern dann nur scheiße, ja? 2, 2. Anstatt dass sie sich mal ein bisschen am Spiegel drüben. Nein, labern sie irgendeine scheiße. Ja, das ist... Ja, ich bin verloren eigentlich. Einfach raus. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Raus, raus, raus. Helfen. Ich hab die Mitte im Blick. René unterstützen. Kriegst du die, René? Ich guck nach hinten. Ich guck nach hinten. Warum war hier Bombe? Oh, bitte. Ich guck nach hinten, guck. Ohren, ich lösch dich ab. Ja, okay, gut. Danke. Ab ein. Kars, siehst du leer aus. Komm, über die Mitte. Was machst du da? Trieben. Everytime, ein Pizzle. Weiter geschrieben hat, dass ich wolle, gesagt, danke für die Smoke. Können wir wieder roamen. Okay, wir können drauf. Ok wir kommen drauf ich glaube der kompiliert ja ist ok wir gehen jetzt aber rein ah schade Gigi mitgekriegt die Runde gar nicht sofort das ist nicht gut Nice und wenn wir gewonnen da haben mich definitiv gegaryt ah du hast 2 2 filter gemacht ja ja nicht bad vor dir gerade zuflamen rein hier was bist du auf K alter? nein ich schreib mir denn spiel nicht schreibe das ist kein small talk hier er will nicht raudrücken so nötig every time fair play sag dir mal bescheid wenn jemand mitte in den tunnel kommen will ich versuche CT abzudecken da kommt einer oh einer ist long Achtung, Gelb, Geweck, Geweck oh ist der rausgekommen geil lustiger Klairs ist lang clear? nö da ist einer lang ist einer drinnen drinnen nicht, dort ist nicht in den Dosen nicht da hab ich mich schon rausgepuscht sag mal wo ich kann rausgekommen ich weiß nicht wie lang Was ist los, Gmb? da anscheinend oh mann das war so traurig der Gmb da bist ein Rambazamba hier das war ne Frage ja dann gehen wir B der kommt immer alle spots abchecken Willi du weißt wo die sind nicht rausgehen aufpassen anders mit Willi geht zurück ja jetzt bleib da, bleibt alle schön drin einer mit A für einen aus der tunnel kommt bestimmt לי guck hoch guck hoch guck hoch schiesp doch drauf er soll sich das auch auf die Maus hoch und runter bewegen kannst, ne? um auf den Gegner zu ziehen Ah komm, ich kann's noch bewegen, genau so, ja Perfekt, perfekt Da wird er jetzt auch auf die Gegner Körperteile ziehen Genau Die Füße sind und Brust ist gut und Cover ist gut Und Schritt auch nicht schießen Schritt dritt man nicht So, das war mit Grund, ich habe eine M2 Witz, kannst du nur SG spielen, du scheiß Wichser Wer kann nur SG spielen? Ne, ich spiele Afer Als Mull, gespossen Was, schießt du mich einfach an? Das ist, das ist ein Bug von mir Ich schieß ohne, dass ich was drücke Keine Ahnung Das war keine Absicht, ohne Scheiß Okay Alter, wenn die wissen, dass die alle für YouTube kommen Das ist so lustig hier, Alter, was geht ab Alter, Lower Tanne Warte, warte, warte Dein geht's, Tommy Wow Warte, egal Du kannst nicht hochkommen War richtig Skilly Skilly Magneli Wer hat den Molly in den Drink, Mann War raus? Der ist Skilly Willy Einer schaut oben Einer rascht von hinten Von hinten? Was ist denn der da? Ja, der Knecht Der da oder von hier? Ihr könnt B rushen, das ist glaube ich nur einer Ja, wir müssen B rushen, einfach raus Ja Da kommt hinten einer Oh, nur einer Sehr schön Einer window, window Einer ist window Ah, ah, wegen des Gefühls Spür ich auch immer Spür ich auch immer? Nein, kann ich aber spüren Ah, ich bin beides Händer Beides Händer Warte, was hat das für einen Sinn gehabt jetzt? Fuck Oh nein, das geht Das ist auch dumm von mir Ich hätte da nicht stehen bleiben dürfen Ich hätte da nicht stehen bleiben dürfen Bild doch mal, Alter Mach nicht laut Boah, ist keiner drunter Wollen wir jetzt lang? Auf lang wohl Auf lang Auf lang Alter, ist jemand Ja, ich gehe für die Stähne Wieso? Wieso? Ich wusste, das ist War jetzt dumm War dumm von mir Es ist Hauptsache ich bin im Scoreboard sehr weit oben Also, Groot, du kannst schon mal rausgucken Okay, ab geht's Oh, da hinten ist einer Um die Ecke da Ich bin jetzt gleich hinter den blauen Ding Bist du schon mal Ich bin die nach Boah Alter, was denn Händer Meine Kamera ist immer noch schräg Ja, meinte auch Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Das waren sowas von zwei Huren Alter Das waren sowas von zwei Huren Die haben richtig gehaftet auf mich Oh, ich kann aber immer noch schrägeln Oh, oh man Ja, eigentlich Ich weiß nicht Dich hat's richtig zerfetzt, der Mal läuft aber gegen jeden gegen Was hat denn dieser Typ genommen? Der hört sich so ver... Ja, aber Also, nichts gegen dich, du bist ein sympathischer Typ einer Blow-Ton ist gegangen Sorry Fick dich doch Ich finde mich nicht angesprochen Scheiße, schieß mich an Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab mir auch Sorry gesagt Das hieß Du sollst nicht move'n Oh, ist low Alter Short hat doch 7 Leben Ich hab ein Problem Ich brauch Hilfe Warte Was war das denn denn? Halt ihn, halt ihn, halt ihn Ne, los Ne, los Ne, ich treff ihn nicht Alter Wieses Aim Wieses Aim Wieses Aim Du hast ihn doch auch nicht getötet, Willi Ich hab ihn aber immerhin einen Shot verpasst Und du hast ihn getroffen Ja, ich auch 50 in 1 Ich hab dir einen Typen 93 gegeben Ich hab dir einen Typen 93 gegeben Ich hab gedacht, du hast ihn angehittet, du Banane Ich hab ihn angehittet Wie viel? 1 in 1? 6 in 3 1 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 in 3 Im Gegensatz hat er eine Ausbildung Zu dir Ah, komm, liegt eine Bombe Hey, ich fang ja nichts, ich hab meine Ausbildung an, du Banane Wer hat uns geflasht? Ach, Willi Ey, ey, du kannst doch keine Flash schläfen Schau mal, die sch... Ich Wow Gott, das war jetzt Schicksal Oh, hast du wirklich nicht geflasht? Okay Ne, gar nicht Ne, ich hab weggeguckt Meine Zähne sind so weiß, Alter Du hast automatisch geflasht Wo kamst du her? War das deine Molli oder der? Geht einfach nicht Oh, wow Hast du eine wilde Waffe? Ich bin nicht mehr in M4 reingerannt Dön, geh da Einer kommt, Hannes Okay, Cliente Für Short Ja Wow, Willi, Alter, das war jetzt schon... Achtung, einer kommt, CTO Der hat doch vier Leben da unten Der hat doch vier Leben, Alter Siehst du den? Was? Hier? Achtung, Short Mami geht da weg Mami geht da weg Oh, da ist er Das war doch ein Hatter Das war doch ein Hatter Aber das war jetzt Von der IS Du scheiß Hufensohn Mit deiner OZI Wofür soll ich mich hinstellen? Na da Warum retten die Mami? Warten weiter Weil ich zählen kann Ach, komm mal Das ist hier Kannst du gehen? Ach, ich melde den jetzt einfach Du hast dich zu scheiße Missbrauch, Sprach, Spielbehinderung Warleg, M8 Ach, der hat bestimmt irgendwas an Alter, du hast nichts anderes Geht dein Bucke zurück Oh, Alter Was tut die dann, Chef? Man kann doch nicht so hart Das ist so ein Flame Alter, ich weiß nicht, was das Begegnis entwickelt Ihr seid doch Freunde, oder? Ja, Freunde, oder? Was auch aus? Ich bin Willi Ich bin Willi Ich bin Willi-Hassen uns gegenseitig Der wieder sein Autoschneider nehmen Kindergarten, der hat recht Ich würde so gerne deinen Arschloch küssen Kindergarten hier, ja Ist so Oh mein Gott, sagt uns das Fucked Fucked das Fucked? Das Fucked, Fuckedor Wer hätt'n da gesmoked? Oh, der vorhin soll, der hat Warthack Oh, lolala Einer ist noch Double Doors Hat noch 20 Leben Du hattest die Erlaubnis mir zu helfen Double Doors, 20 Leben 20 Leben Ja Geh, war weg Genau so tötet man Gegner Du kannst doch dir einen Kill holen bei Double Doors Er hat 20 Leben hinter dir Sozusagen Die Bombe liegt Ja, der hat 20 Leben, der auf dich ballert Der Knecht da auch noch hinterher Alter Oh Mann ey So viel Assists schon gehabt Na, Mann René käme immer ein bisschen besser Oh, ich treff grad ja nix Ich merk's Ja, best nix Das waren heute zu viele Runden Nein, ich hab nicht 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 Ja, warte Ich hab nicht Ich muss denn das mal meine Rolex putzen Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Ich hab nicht mehr Du hasto wieder Du hast ja meine Rolex putzen Einer auf Lower Tunnel Okay Wo ist der? Tiefere Tunnel Einer Tiefer in der Tunnel Irgendwann da zeich's Assi wurden Du weißt Assi wurden Kann mich einer Short safen? Ja Wer was? Ja, wer Short? Also ich soll Short abays Okay, um Short ab Und schreien sofort los, wenn was das ist Lass Lowertunnel auf. Ich will ganz gerne Pokémon GO eigentlich. Schott steht da. Leiner ist lang. Leiner ist Lowertunnel. Komm, lass mich vor. Wollen wir Lowertunnel denn? Wo ist denn der von Lowertunnel? Der ist dann... Heiß, heiß, heiß! Lowertunnel ist Half-Life. Mach den. Bei der Kiste hoch. Bei diesen großen Kisten links. Seht ihr euch. Schaut. Schaut. Was ist das für ein Gangbang? Alter, ich habe ihm so viel gegeben. 77. Hä, erlittener Schaden? 129 in 4 habe ich ihm gegeben. Hä? Erlitten hast du bekommen. Nein. Du hast ja gelitten, ey. Okay. Geil. 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 Alter, komm. Surrender, ey. Wieder. Können wir nicht. Oh, noice. Eigentlich üblich unlogisch, aber... Ich möchte ein bisschen mehr Brokkoli essen. Auch übrigens, ich habe meinen Bug gefixt. Das passt. Das Spiel ist ein bisschen besser. Steig nicht an. Pack den Schwanz aus. Hinter mir die Tastatur rum. Oh, was ist da eine Decoi? Achtung, die Gegner werden jetzt noch mehr flamen. Macht euch drauf gefasst. Wieso? Hast du Autosniper? Ne, ich habe meine letzte Runde. Oh. 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 Du magst es nicht, wenn es dir auffällt. Komm, lass einfach durchgehen, komm. Geil. 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 Gut, dass ich schon durch war und hier immer noch short steht. Also, ich war schon nach uns, partner. Aber sonst... Ah, fuck. Geil. Ne, ich möchte nicht geknechtet werden. Du bist geknechtet. 3, 2, 1, tot. Geil. Geil. Ich bin das Schrot. So, Flexker. Und bis B. Boah. Glück. Was für Lack. Dieser Knecht. Wer hat gerade den Call gemacht, alles in B? Ich nicht. Gute Haftzeit-Nazis, Alter! Ist das eh mein Deutsch oder nicht? Gute Haftzeit-Nazis! Erstmal melden. Ich bin Russe. Noch schlimmer! Ja! Bei welchem wäre ein Nazi? Erstmal melden. Kann er mit übernehmen? Ich bin auch so runter. Ja, okay. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich bin aber auf Ferien und merke besser. Also 3 zu 12. 3 zu 12, Hammer! Ja, alles gut, ich bin... Ja, ein hab ich... Ja, oder? Ja, die sind alle lang. Einmal lang rein, einmal lang raus. Einmal lang rein, einmal lang raus. Ich hab getankt für ihn. Ich hab getankt für ihn. Alles klar, Aim ist nicht so wirklich da heute. Ah... Man kann schlechter spielen. Ey, ich bin nur mit Schreiben beschäftigt. Ist so. Das Spiel, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß mehr, weil die Leute einfach so negativ sind. Alter, Ignorier, das sind die Gegner, Alter. Kackt die zu. Lass das doch einfach. Knall die ab. Mit dieser fettigen Pommesstimme, Junge, krieg ich gar nicht Krall. Hör mal auf damit. Sprich mal wieder normal. Ja, diese Knall die einfach ab. Richt mal die Eier wie deine Unterhose und du. Der hat sofort in die Mitte geguckt. Wuhuuu! Ja, ich geh mit. Ich geh mit. Ich geh mit. Hier ist mit, mit. Hi, Willi. Ein Ring, sie zu Knechten. Ich knechte dich gleich, okay? Was machst du da? Geh hoch. Nie, lass springen! Das funktioniert einfach nicht. Komm, René! Der eine links ist los. Aua. Das war ein Header. Oh, René, holt auf. Einer ist los. Oh. Hat die Bissung genommen. Ich hab hier noch einen Header verpasst. Ja, wieder. 95. Geht zu das Spiel mit einem Lenkrad? Boah, ey, wenn das geht, ich würde sowas machen, ey. Das geht. Und jetzt rechts abbiegen. Und jetzt rechts abbiegen. Hahahaha. Spiel zu das Spiel mit einem Lenkrad. Und frrrr. Du musst ja lachen. Er hat einen Movement wie so'n Boss. Wer denn? Und wem redest du denn eigentlich? Ähh. Basti. Basti. Ich weiß, dass ich scheiße bin. Brauchst du mir nicht zu sagen. Vielleicht einfach mal mit DPI Hörstellen probieren beim nächsten Mal. Was ist denn relativ? DPI ist die Mausausfindigkeit. Kann ja auch einfach eine neue Maus verkaufen. Dass dann eine Maus schneller ist, damit du nur ein klein Stückchen mit der Hand bewegen musst, meine Maus aus 2,5. Was? 2x für DPI oder was? DPI oder was? DPI oder was? DPI. 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 Willst du das mal sagen, wo ihr hingeht? Weil wir standen so dritt auf Shorter. Wies! Wir sind wieder einer! Pass auf! der ist in den hinten gelaufen. Okay, drauf! Der Bombe! Boom, Aua! Nimm die AK mit, Alter was machst du denn du? Du bist... Irgendwann hast du dich nicht schon von Anfang an mitgenommen, du Banane? Wieder daneben, einer steht so... Ja egal, ich bin der AK Aber die war doch schon von Anfang an mit Junge, Alter, ich glaub deiner Mutter hat nicht ein bisschen zu viele Null Ja, hasse ich... Richtig in Schaugestuhl Aua, Alter ich bin fast tot, Afe Aua, ich geh raus, bleib hier Mein Vater hat grad gesagt, fickle Alter B, 2 B, 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 B B, 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 B Leute, das geht nicht, der Verzeichnung war 5 Scheiß da Okay, jetzt, jetzt reporten die mich wirklich, Alter Ich hab 3 Assists gemacht Bei 2 und 1 Quell, mit 6 zu nehmen, aber war ganz gut Ja Okay Die gehen auf 3 raus 1 2 Und alle drauf Die sind hinten, die sind hinten, bei Window 3 2 Beim Nachladen vorlaufen ist Klug Ah, Mann ey 5 zu tiefsten Ja, woher, du hast nicht gecallt, dass du nachladen musst Geil, ne Kiste Richtig geil Gecallt, ne sowas Geht mal schnell mal nach Ne, du warst Ne, du warst Also Mach mal bisschen schneller Und die sind Silber So, bitte, nicht vergessen, musst du kommentieren, teilen mich, abonnieren 30,9 Tschüss So, dann 15 Uhr zahlen und, äh, kann auch sein Klaue, du fändest Zieht ich mal, äh, diesmal das 2, weil, also ist, mit die Scheiße gelaufen Was? Aber jetzt gucken wir mal Etwas billig einkaufen und teuer verkaufen Das ist keine Hehlerei Das ist normaler Handel Das ist Geschäfts- Aber ein Buster für Handelsmänner Das kannst du nicht an- Das kannst du nicht anzeigen Und wenn du es versuchst, dann wird dich jeder bei der Polizei dumm anlachen, weil Funktioniert Amazon Mein Lieber Ja, aber insofern du es illegal machst Das ist E-Commerce Nennt man das Und du musst bis 17.000 Euro So musst du keine Steuern abgeben Sollt schon du das Halt, klein, glaube Ja Deinen gibt aber halt Okay Sollte es auch in Pause? Hab 3 Einwälzer in meiner Familie Mein Glock-Aim war aber auch schon mal besser Ahhhh Ist auch schon mal besser Wir haben nur ein 20er Blacks, Alter Der Typ mit der Arbe, der regt mich ganz so was auf Wo ich treff grad nix Wo ich treff grad nix Nichts auch nix Junge alter irgendwie Wie hatt was 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 Wie hatt Wo ins Tor Komm auf ins Tor ins Tor Wo ist das Halb, ich bin Ich bin kein Lapp mit der Arbe Ich bin aber auch kein Ich bin voll ab mit der Arbe Ich bin ja voll ab mit der Arbe Geht kurz durch. Spiel mal ernst, ja. Ja, kurz. Alter, ey. Short. Okay, short. Niko ist auf. Möchtest du nicht rasseln? Nein, nicht rasseln. Push. Ok. Bombe, wo gab's du? Sorry, ich bin festgehangen. Achso, Mitte. Einer klar? Einer mit. Bei A. Oh Gott, das ist tot, Alter. Einer ramp. Ramp hat mich. Nein. Was holen wir dir? Hol den lang. Habt ihr die Mitte? Park von hinten? Ich hab einen. Lang zwei. Lang einer noch. Einer, okay. Weil die mich verarschen, Alter. Ich bin noch aufm Kopf drauf. Und ein bisschen Leben. Okay, okay. Spitz. Achso. Sorry, Alter. Ich muss nachladen. Ich hatte keinen Schutz mehr. Ich bin so, ey, ist rausgepuscht. Aber logisch wird dir fast vorbei. Das ist eigentlich ganz logisch, dass wenn du diese ganzen Amazon-Produkte von Chinesen siehst, wird das meistens auf irgendwelchen billigen China-Shops eingekauft. Dann auf Amazon gestellt von irgendwelchen Leuten. Und dann kriegen die da... So. Warum machst du keine Echo? Nicht kaufen. Beide Runde. Okay, den kauf auch rein, Alter. Oh nee, du Sau. Meine Bombe, meine Bombe. Let's go! Nö. Boah, weiße. Ich war der... Die sind richtig schlecht gegen ihn. So, René, wir holen den. Und ihr verkackt trotzdem. Ich traurig. Sagt wer? Ich. Wer bist du eigentlich? Screwed, oder? Deine Mama. Meine Mama? René, wir holen den Weg hier. Danke, René, für die Calls. Nicht steppen. Da ist ein Bild davor. Da ist ein Bild davor. Schaut. Nee, bei der A ist immer ganz viel hier gewesen. René, komm, wir gehen B. Oh my god. Hab ihn. Fuck. Einer ist auf jeden Fall da hoch. Ist aber richtig knapp. Scheiße. B hinter der einen Kiste da. Der genau vor dir. Achtung, einer. Achtung, einer. Achtung, einer. Da warte ich keine Chance. Alter. Flexa. Da hab ich mich angeschossen. Ich hab's umgedreht. Ich hab's dem Hatter gegeben. Weil er in ihm drin stand schon fast. Äh. Ist das kacke. Sowas kann man kaufen wegen sonst. Außer René. Weil er kein Gäber hat. Weil er rund um mich geholt hat. Ja. Mal einen Plan machen. Und einfach stumpf wieder reinlaufen. Die letzte Runde. Nein? Ich versuche auf B erstmal anzutauschen. Long ist Mollo. B ist Mollo. Na komm, kannst du Short kommen? Hier ist Mollo. Hier ist Mollo. Lower Tunnel war einer. Ist einer? Komm, die kommt. Ja moin. Ah, Feier, leider. Ah, fuck. Kein Prefeier. Hoch. Hoch, ey, mal. Zwei Shots. Was soll ich jeden zwei machen? Da hab ich keine Chance. Einer Half-Life. Half-Life? Ja, ich hab einen Half-Life gemacht. Ja, fuck. Alter, der hat sich irgendwie ein bisschen getrunken. Ja, fuck. Da kam einer aus dem Mittel raus. Hm. Ah. Mal müssen. Bisschen anstrengen. Wollen wir warten auf die Puschen? Ja. Hab mich noch nicht angestrengt. Ne, das wird nicht passieren. Ich brauch die Wettpusschen. Ach, seh ich. Den an. Warum forzen wir eigentlich jede Runde? Das ergibt keinen Sinn. Natürlich, das macht den meisten Sinn. Ja komm, da ist er. Ach so, dann. Das ist ja immer geklappt. Ah, das sind wir in der Westen. Ja, die Huren so in der Campen. Ist doch normal. In dem Drecks Pit drin, oder? Ja. Manuel würde jetzt sagen, die scheiß Juden. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Ach, ey. Das war sehr gut. Nur Mitte einer. Auf, fahr. Ich wollte doch nicht runter. Ah. Oh. Oh, der Kopf brennt. Oh, fuck. Einer ist nur Mitte. Der Vector. René. Letztes noch mit. Oh. Oh, nee Leute. Das läuft nicht. Das ist echt heiß. Das wird mein Ende sein. Hauptsache geplant. Ciao. Hier. Wie kann ich dritter sein, Alter? Ich check das echt nicht. Ich bin richtig scheiße. Ja, kann sein. Okay. Da hab ich seit locker zwei Monaten keinen Service mehr gespielt. Oh, das ist ja. Aua. Er hat noch was zu nehmen. René, carry mal ein bisschen besser. Oh, das bin defused. Alter, 4-0. Das geht sogar. 4-0. Ja. Das ist ja schade. So, äh. Wollen wir mal richtig kaufen, oder? Wieder bloß einfach billig kaufen und dann sterben. Weil ich, ich, ich mag MPs. Ja richtig kaufen. Damit schaff ich, schaff ich, schaff ich überhaupt mehrere, mehr Kills als mit den meisten AR-Waffen. Let's go! Besonders wenn ich rushe. Und? Was tust du? Sorry, ich, ich war blockiert. Achso. Sorry. Wie viele? Ne? Ich hab zwei gesehen. Ja, jetzt war wieder klar. Weil ja jemand blockiert wurde. Ganz zufällig. Was macht ihr beide da auf Long? Gucken. Wollen wir auf Bege? Komm, Bio-Harzer, wir machen das. Ja. Guckst ins Pit. Ja. Flash! Hast du mal... Dann helf doch, du Banane, Alter. Ja, ich wollte ja raus. Nee, tschau, Alter. Ich verpiss mich dann. Haben einen hätte er gegeben. Weißt, alle stehen noch drinnen, Alter. Ja, ich kam nicht raus. Ich fand MLB. War ich. Weil Reni einfach manchmal ein bisschen... Heiß! Heiß! Nein! Nein! Nein, nein! Mit ist zwei. Einer ist Pit. Einer, echt? Der ist hot. Hab ich geholt schon, ja. Bewegt dich. Wart die doch einfach ab, Alter. Die kommen noch hier vielleicht durchgelaufen. Onspots nur einer, ja. Au, whatever. Geht nicht. So, super easy. Ab geht's, B. Da kommen zwei Leute dir entgegen. Sollen sie doch. Kommt gar niemand raus. Geh mit! Nein, nicht einfach! Oh nein. War ein Millimeter daneben. Fuck. Wir sparen nur vier. Flytut. Wenn ich den Plant rauskrieg, Alter. Ich sag's euch. Der ist super lit. Wenn, gib ich fünf Euro. Shit. Du kriegst keine fünf Euro. Einer Huren-Spaß, Alter. Hätte ich fünf Euro gegeben. Ob du den Plant rauskriegst. Hat nichts getan, Alter. Du besitzt keine fünf Euro, Alter. Ist das 500? Mehr. Du sollst sich das Konto... Geht 16-0 aus, ne, Leute? Ja, sowieso sie, John. Wir sollten mal richtig spielen. Richtig. Schlaf, bitte. Sag mal was. Gib mal ein paar Calls. Der ist schon wieder genervt von mir. Weil das die Special Calls war so. Du bist schon wieder genervt von mir. Du hast hier der... Du flamest einfach nur. Dann kriegst du auch so nichts zu backen. Mach doch immer. Das blockt dir eigentlich so. Hast du gar nicht... Spaß. Ja, ich hab's hier. Einfach nur, weil die große Schleicher... Ich war das nicht. Ich war das nicht. Da war einer. Müssen mehr flashen. Wer flasht hier schon wieder? Na, ich. Warum? Warum? Du nicht? Weil wir den nicht sehen und du nur das Team flasht. Wenn du dumm bist und nicht weggucken kannst. Wenn du nicht mehr sagst, dass du flasht. Du bist ein Knecht. Du bist... Gib zu einem mal zu, du bist ein Knecht. Du auch. Am besten Idee. Irgendwie Short. Irgendwas. Hast du den René nicht? Springe da raus und der gibt mal einen Headshot. Alter. Du bist ein Knecht. Ich hab einen sogar geholt, ja. Also... Leute, ich bin nicht richtig. Wir sind alle... Die Runde ist Chaos, ey. Ja. Wir sind alle... Wir sind... Wir sind alle scheiße. Ich kann nicht alles carry. Es tut mir leid. Du carry ich ja nicht mal. Du hast zwei Kills. Ich bin dritter Platz, ey. Ja und... Das ist kein Carry, wenn du echt nicht bist, dann kannst. Okay, ja. Denk. Leid. Geht nicht alles carry. Die laufen dann nur scheiße, ja. 2. 2. Nein. Laufen sie irgendeine Scheiße. Weiß ich nicht. Na, ich bin verloren eigentlich. Einfach raus. 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 Helfen. Ich hab die mit im Blick. René unterstützen. Kriegst du die René? Ich guck nach hinten. Ich guck nach hinten. Warum war ich mit der Bombe? Wof, er will eigentlich nicht mehr hin. Guck. Hau und ich löst dich ab. Ja okay, gut. Danke. Ab rein. Kars, siehst du leer aus. Komm wir über die Mitte. René, was machst du da? Reiben. Ne, wir teilen mein Pilz, ja. Weil er geschrieben hat, dass ich wolle, gesagt, danke für die Smoke. Können wir wieder roamen. Okay. Den nächsten. Okay, wir können drauf. Okay, wir können drauf. Geh raus. Sorg, sorg. Sorg, sorg. Ja, ist okay. Wir gehen jetzt aber rein. Ah, schade. Was haben wir gekriegt? Ja, die Runde gar nichts mehr. Alter. Das ist nicht gut. Nein, sind wir endlich gewonnen. Ja, da hab ich definitiv gegarried. Alter, du hast zwei... Oh, du hast zwei Pfälze gemacht, ja. Du hast zwei Pfälze gemacht. Joa. Das war schon... Ja, nicht bad. Move it, move it. Ich wollte dich grad zuflamen. Ach nee, was bist du AFK, Alter? Nein, schreib mir denn. Spiel nicht schreiben. Heyo. Es ist kein Smalltalk hier. Ich will ihn nicht raushocken. Soooh, nötig. Every time fair play. Sagt ihm ja Bescheid, wenn jemand in die Mitte in den Tunnel kommen will. Nein. Ich versuche CT abzudecken. Da kommt einer. Oh wow, einer ist lang. Achtung, gelb, geh weg, geh weg. Oh, ist der rausgegangen, geil. Lustiger Klairs. Ist lang, clear. Nö, da ist einer. Lang ist einer. Drinnen, oder? Nee, drinnen nicht, da ist nicht. In der Dose nicht. Da habe ich mich schon rausgepuscht. Dann noch wo? Ich kann da rausgehen. Was ist los, GMB? Da anscheinend. Oh Mann. Das war so traurig, der GMB. Ein bisschen Rambazamba hier. Das war ne Frage. Ja, dann GMB. Das geht, Alter, der kommt immer. Alle Spots abchecken, Willi. Du weißt, wo die sind. Nicht rausgehen, geh zurück. Aufpassen, einer ist mir da drin. Willi, geh zurück. Jupp, CT ist einer mit A, wenn nicht biegen. Jetzt bleibt da, bleibt alle schön drin. Einer mit A, für einen aus dem Tunnel kommt bestimmt. Darum aimst du nicht. Sorry. Guck, 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 guck. Gelb, guck, guck, guck. Schießt noch drauf. 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 Weil ich so, dass du deine Maus hoch und runter bewegen kannst, ne? Um auf den Gegner zu ziehen. Ja. Genau. Genau so. Perfekt, perfekt. Damit er auf Gegner Körperteile ziehen. Genau. Wenn ich die Füße sehne und Brust ist gut und Koffer ist gut. Und Schritt auch nicht schießen. Schritt auch nicht schießen. Also wenn ich den. Ohne Witz. Kannst du nur SG spielen. Du scheiß Wichser. Wer kann nur SG spielen? Nee, er spielt auch aber. Als Mull. Du Spassi. Was? Schießt du mich einfach an? Das ist, das ist ein Bug von mir. Ich schieße ohne, dass ich was drücke. Keine Ahnung. Das war keine Hauptsicht. Ohne Scheiß. Okay. Alter, wenn die wissen, dass die alle für YouTube kommen. Das ist so lustig hier, Alter. Was geht ab? Eine Lower-Tonne. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Dein geht's noch mal. Oh egal. Du kannst nicht hochkommen. War richtig Skilly. Skilly. Wer hat den Molly in den Drink, man. War raus? Der ist Skilly Willy. Einer Short oben. Einer rushed von hinten. Na der Knecht. Der da oder wohnt man hier? Ihr könnt B rushen, da ist glaub ich nur einer. Wir müssen B rushen, aber raus. Da ist kein anderes, da kommt hinten einer. Wo du, Alter? Einer Window, Window. Einer ist Window. Ich dachte du warst bei der Dreamhack, man. Da hat man Aim gelernt. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt... Er hat einen Punkt als 2. War eine Stresssituation, okay. Und ich habe lediglich ein HE-Match mit der Maus in der linken Hand gespielt. Spiele ich auch immer? Nein, kann ich aber spielen. Ich bin beides Händer. Warte, was hat das für einen Sinn gehabt jetzt? Das ist auch dumm von mir. Ich hätte da nicht stehen bleiben dürfen. Bild doch mal, Alter. Mach nicht so laut. Boah, ist keiner drunter. Wollen wir jetzt lang? Das ist lang wohl. Da ist jemand. Ja, ich geh für die Sterne. Wieso? Ich wusste, das ist... War jetzt dumm. War dumm von mir, es ist... Hauptsache ich bin im Scoreboard sehr weit oben. Also Groot, du kannst schon mal rausgucken. Okay, ab jetzt. Oh, da hinten ist einer. Um die Ecke da. Ich bin jetzt hinter den blauen Dich. Bist du schon mal. In die Nacht. Oh, Alter. Alter, was denn, hey, der. Meine Kameras sind immer noch schräg. Ja, meiner auch. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Das waren sowas von zwei Huren. Alter. Das waren sowas von zwei Huren. Die haben richtig gehasst, oft nicht. Oh, ich kann auch immer noch schräg, ey. Oh, oh, Mann. Ah, eigentlich... Ich weiß nicht. Dich hat's richtig zerfetzt, ja? Warum was einfach gegen jeden gegen? Was hat denn dieser Typ genommen? Der hört sich so ver... Ja, aber... Also nichts gegen dich. Du bist in Sympathie. 1,0. Sorry. Pick dich doch. Ich fühle mich nicht angesprochen. Scheiße, schießt mich an. Was ist das denn? Ich hab nur Sorry gesagt. Das hieß... Du sollst nicht... Moven. Ah, ist low. Alter. Short hat noch... Sieben Leben. Ich hab ein Problem. Ich brauch Hilfe. Warte. Was war das denn denn? Ah, Junge. Ich hab ihn in nem ganzen Schuss nie... Was hast du denn Shortcut? Ne. Der Sieben Leben gab's. Ne. Mach doch mal den Knick. Ne. Los. Ne. Ich treffe ihn nicht, Alter. Jesus Aim. Jesus Aim. Jesus Aim. Du hast ihn doch auch nicht getötet, Willi. Ich hab ihn aber immerhin in einen Shot verpasst. Ja, ich auch. Ich hab dir einen Typen 93 gegeben, oder? Ich hab dir einen Typen 93 gegeben. Ich hab gedacht, du hast ihn angehittet, du Banane. Ich hab ihn angehittet. Wie viel? 1 in 9. Also ich hab die drei Punkte am Bastard. 1 in 9, Alter. 1 in 9, Alter. Im Gegensatz hat der eine Ausbildung. Zu dir. Ach, man legt ne Bombe. Ne. Ich fang ja nix. Ich hab meine Ausbildung an, du Banane. Wer hat uns geflasht? Ach, Willi. Ey, ey. Kannst du keine Flash schläfen. Komm mal, die Sch... Ich. Wow. Ja, das war jetzt Schicksal. Boah, das hab ich nicht geflasht. Okay. Ne, gar nicht. Ne, ich hab wirklich geguckt. Meine Zähne sind so weiß, Alter. Das ist automatisch geflasht. Wo kamst du her? War das deine Molli oder die Gekampagne? Oh, wow. Hast du ne wilde Waffe? Da bin ich in der M4 reingerannt. Schön, geh da. Einer kommt, Hannes. Okay, Clante. Schaut. Ja. Boah, Willi, Alter. Das war jetzt schon... Achtung, einer kommt, CTO. Der hat doch vier Leben da unten. Der hat doch vier Leben, Alter. Siehst du den? Was? Hier. Hier. Achtung, Schaut. Schaut. Marvin geht da weg. Oh, da ist er. Das war doch ein Hatter. Oh, das ist halt. Wer ist von der IS, du scheiß Hufensohn. Mit deiner OZI. Wofür soll ich mich hinstellen? Na da. Warum treffen die Marvin? Gott, Alter. Weil ich zählen kann. Ah, guck mal. Das ist hier. Das ist hier. Ach, ich melde den jetzt einfach. Du hast dich so scheiße. Missbrauch, Sprach, Spielbehinderung, Warlhack. Ey, M8, der hat bestimmt irgendwas an. Alter, du hast nicht Angst. Geh in deinen Buko zurück. Oh, Alter. Was tut die denn, Chef? Man kann da nicht so hart... Das ist so flame. Alter, ich weiß nicht, was das begegnet sind wirklich. Ihr seid doch Freunde, oder? Ja. Freunde, helfe hier. Außer ich und Willi. Ich und Willi hassen uns gegenseitig. Kindergarten. Der hat recht. Würde ich so gerne deinen Arschloch küssen. Kindergarten hier, ja. Ist so. Oh mein Gott, sagst du das? Fuck. Faktor das? Faktor das? Faktor. Wer denn da gesmoggt? Oh, der wohne so. Der hat Warlack. Oh lolala. Einer ist noch... Double Doors. Hat noch 20 Leben. Du hattest die Erlaubnis mir zu helfen. Double Doors, 20 Leben. 20 Leben! Ja. Geh einfach weg. Genau so tötet man den Gegner. Du kannst doch dir einen Kill holen über Double Doors. Der hat 20 Leben hinter dir. Sozusagen. Die Bombe liegt... Ach man ey. So viel Assists schon gehabt. Na man. René käme immer ein bisschen besser. Boah, ich treff grad gar nix. Ich merk's. Die am besten. Das waren heute zu viele Runden. Nein, ich hab nicht. Ich hab nicht. Ich hab nicht. Ich hab nicht. Das hab ich nicht zuerst geschafft. Ich hab nicht. Marvin, drop mal ne AWP. Ja, warte. Marvin weg. Ich muss denn das mal meine Rolex putzen. Mach mal weg. Jetzt darf voll ein Einflug schneiden. Achso, okay. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Achso, okay. Wo ist der? Tiefere Tunnel. In dem Tiefere Tunnel. In dem Tiefere Tunnel. Irgendwinn, das heißt Assi-Wohnen. Was Assi-Wohnen war? Kann mich einer Short safen? Ja. Wer was? Ja? Wer ist Short? Also ich soll Short ab-Aim. Okay, ich aim Short ab. Und schreit dann sofort los, wenn was ist. Da ist Lower Tunnel auf. Wie ganz gerne Pokemon Go eigentlich. Short steht einer. Leiner ist lang. Leiner ist Lower Tunnel. Komm, lass mich vor. Wollen wir Lower Tunnel den? Wo ist denn der von Lower Tunnel? Der, äh, der ist dann. Heiß, heiß, heiß! Lower Tunnel ist Half-Life. Mach den. Bei der Kiste hoch. Bei diesen großen Kisten links. Seht ihr euch? Short. Oh Gott. Komm. Was ist das für ein Gangbang? Alter, ich hab ihm so viel gegeben. 77. Ey, erlittener Schaden. 129 in 4. Hab ich ihm gegeben. So. Hä? Erlitten? Hast du bekommen? Nein. Du hast ja gelitten, ey. Ne, ne, bin Noob. Alter, komm. Surrender, ey. Bitte. Können wir nicht. Oh, no. Eigentlich übelst unlogisch, aber... Ich möchte ein bisschen mehr Brokkoli essen. Auch übrigens, ich hab meinen Bug gefixt. Das passt. Die spielen ein bisschen besser. Schrei nicht an. Pack den Schwanz aus. Hinter mir die Tastatur rum. Und was ist da ne Decoy? Achtung, die Gegner werden jetzt noch mehr flamen. Macht euch drauf gefasst. Wieso? Hast du Autosniper? Ne, ich hab meine letzte Runde. Oh. 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 Sag das keiner. Sag das nicht, wenn's dir auffällt. Komm, lass einfach durchgehen. Wir müssen... Ja, okay. Verschaut gehen, ne? Verschaut gehen. Das ist nie deine Mama. Ist halt Todesloch. Steht nix. Gut, dass ich schon durch war und hier immer noch Short steht. Also ich war schon nach uns, ne? Aber sonst... Mua. Fuck. Nee, ich möchte nicht geknechtet werden. Du bist geknechtet. 3, 2, 1. Tot. Fiek doch nicht mit dem Schrot! Proplexer. Rombes B. Boah. Boah. Glück. Was für Lack. Dieser Knecht. Sind alle beide bei B. Viel Glück! Der eine war noch... Ah. Mann, so gut. Wer hat grad den Call gemacht, alles in B? Ich nicht. Basti. Gute Haftzeit Nazis, Alter. Ey, ist das eh mein Deutsch oder nicht? Gute Haftzeit. Okay, ja. Erstmal melden. Ich bin ein Russe. Noch schlimmer! Bei welchem wäre er ein Nazi? Erstmal melden. Kann einer mit übernehmen? Ich bin aus der Runde. So. Ja, okay. Oh, Leute, 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 Leute. Wenn ich wieder mal fähre, dann merke ich besser. Also 3 zu 12. 3 zu 12, Hammer! Ja, ja, alles gut. Ich bin um. Ja, einen hab ich. Ja, oder? Ja, die sind alle. Ja, lang. Einmal lang rein, einmal lang raus. So, ah, schon schon uns war dran. Ihr werdet so geknechtet. So. Dann die Bombe schon gepläntet. Ah, einer ist short. Ja. Toll. Toll, wenn sie 3 tut. Ah, einer short, einer krass. Alter, Blexer. Der bist doch ein richtiger Motherfucker im positiven Sinne. Ich hab getankt für ihn. Alles klar, Aim ist nicht so wirklich da heute. Ah. Ah. Kann man, man kann Stater spielen. So wie viel die. Ey, ist ja nur mit Schreiben beschäftigt. Ist so. Das Spiel macht, das Spiel, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß mehr, weil die Leute einfach so negativ sind. Alter, Ignorier, das sind die Gegner, Alter. Kack die zu. Lass das doch einfach. Krall die ab. Junge, mit dieser fettigen Pommesstimme, Junge, krieg ich gar nichts Krall. Hör mal auf damit. Sprich mal wieder normal. Ja, dir soll knall die fettig ab. Riecht mal die Eier wieder in deiner Unterhose und dann. Ja. Der hat so kurz mit dir geguckt. Wuhuuu. Ah, ich geh mit. Ich geh mit. Die ist ein A. Du hast mit mit. Hi, Willy. Ein Ring, sie zu Knechten. Ah, ich knechte dich gleich, okay? Wann warst du da? Wie hoch. Alter. Niii, das springen. Die sind jetzt einfach nicht. Komm, René. Ja, ich hab den auch nicht in vier gegeben. Der eine links ist los. Aua. Das war ein Header. Oh, René, holt auf. Einer ist los. Oh. Ich hab die Biesel genommen. Ich hab hier noch einen Header verpasst. Ja, wieder. 95. Ich hab hier noch einen Punkt. Geht du das Spiel mit nem Lenkrad? Alter. Boah, ey. Das geht hier. Oh, ich würde sowas machen, ey. Das geht. Und jetzt rechts hab ich genug. Spielst du das Spiel mit nem Lenkrad? Ich muss ja lachen. Er hat die Movement wie so'n Boss. Wer denn? Wem redest du denn eigentlich? Äh. Basti. Basti. schneller ist, damit du nur ein kleines Stückchen mit der Hand bewegen musst, damit du... Meine Maus auf 2,5. Was? Zweigmal für DPI, oder was? Ja. Geht drauf. 300 Meter bei Wischen. Das ist so ein Knecht, ey. Aber was soll ich denn stellen? Na DPI ist von Maus die eingestellt. Ja, was soll ich denn einstellen? Die Bissin. Hardware. Und das weiß man nicht. Könntet ihr nächstes Mal sagen, wo ihr hingeht? Weil wir standen so dritt aufgeschoren, ey. Und mit ist einer. Pass auf. Der ist jetzt hinten gelaufen. Er ist ehrlich schon long. Er ist schon noch da. Was ist denn meine Option hier? Nee, schaffst du. Du machst das alles hier fertig. Du sagst ja mal, wie gut du bist. Sexen. Komm. Kriegst du. Ich fick euch alle. Okay, drauf. Komm. Deine Bombe. Boom. Aua. Aua. Easy header. Nimm die AK mit. Alter, was machst denn du? Du bist... Warum hast du die nicht schon von Anfang an mitgenommen, du Banane? Wieder daneben, einer steht noch... Ja, egal. Ich bin der AK. Aber die Hint war doch schon von Anfang an mit. Junge, Alter. Ich glaub, deiner Mutter hatte ich ein bisschen zu viel in Null. Ja, hast dich. Irgendwas gefahren. Alter. Richtig in Schaugestuhl. Aua. Alter, ich bin fast tot. Awe. 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 Awe.